Hallihallo, ich wollte euch kurz ein Video empfehlen, was ihr euch unbedingt angucken solltet. Das ist, so wie ich das sehe, das absolut Wichtigste aus dem ganzen Krieg bisher. Und zwar hat der amerikanische Journalist John Dugan, der in Russland lebt, eine Anti-Spezial-Operation-Aktivistin, eine Russin mitgenommen in den Donbass. Sie hat nur westliche Medien gehört bis zu diesem Zeitpunkt, hatte eine ganz, ganz radikale, sogar anti-russische Sichtweise. Und nach ein paar Tagen im Donbass, über in Lugansk, Donetsk, Severodonetsk, hat sie ihre Meinung geändert, und zwar radikal. Und hat das jetzt in einem 40-minütigen Interview alles im Detail erzählt. Man sieht absolut, dass es kein Fake ist. Auch Thomas Rüpper zum Beispiel kennt sie, hat sie gesehen vor diesem Trip und nach dem Trip. Man kann das alles bestätigen, dass es authentisch ist, aber wie gesagt, man sieht das auch im Video. Absolut klasse für alle, die Englisch können, wobei bei YouTube auch die Untertitel angeschaltet werden können, die automatischen, die wurden auch überarbeitet. Damit kann man das Video auf jeden Fall gucken, und das solltet ihr tun und allen schicken. Das ist ganz, ganz groß. Man sieht richtig, wie diese Frau mit sich ringt. Sie hat ihr ganzes Weltbild verloren. Ja, das wollte ich euch kurz mitteilen. ... ...